Hallo und willkommen bei Elgato. Wir möchten dir heute unser neues Produkt vorstellen, das Elgato Tivisyn. Dieser kleine Tuner bringt Fernsehen ganz einfach via WiFi auf dein iPhone oder iPad. Es ist kein Internetzugang nötig. Um das Tivisyn zu nutzen, musst du nur die kostenlose App Tivisyn für dein iPhone oder iPad vom iTunes Store herunterladen. Durch die äußerst flexible Antenne liefert das Tivisyn einen tollen Empfang und eine hohe Bildqualität. Auf Wunsch kann die Sendung angehalten, vordert zurückgesprüht werden, sogar eine Aufnahmefunktion ist integriert. Auch ein schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen den Sendern ist möglich. Das Tivisyn läuft mit einer herausnehmbaren und wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterie, die einen TV-Umfang von mehr als 3,5 Stunden garantiert. Geladen wird die Batterie an einem USB-Port, das Anschlusskabel dafür liegt dem Tivisyn-Paket bei. Und weil das Tivisyn mit einem DVB-T-Tuner ausgestattet ist, funktioniert es sogar, wenn du einen Bus durch den Hauptverkehr schleißt, an Orten, an denen du es dir nicht zu träumen gewagt hättest und eben überall dort, wo es auch mal länger dauern kann. Hast du Fragen zu unserem Produkt oder möchtest du mehr über Tivisyn wissen, schreib uns doch einfach eine E-Mail an folgende Adresse. Tivisyn at ergathe.com